Stretching des Iliotibialismuskel Anweisungen Ausgangsstellung Führen Sie in aufrechter Position ein Bein vor das andere und überkreuzen Sie es über das andere. Muskeldehnung Beugen Sie sich nach vorne. Legen Sie die Hände auf den Boden und halten Sie die Beine gespannt. Diese Position mindestens 15 Sekunden lang halten. Ende der Bewegung Langsam in die Ausgangsposition zurückkommen. Beteiligte Muskeln Atmung Häufige Fehler Die Beine beugen Die Fersen vom Boden abheben P4P Cam Stretching des Iliotibialismuskel Tiefs Tiefs Vielen Dank.